Servus liebe Wander- und Outdoor-Freunde! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem YouTube-Kanal. Diesmal habe ich zum Zeigen das Wolfgangs Outdoor-Messer. Schönes Messerchen. Das habe ich von der Firma Wolfgangs, vielen Dank dazu, zur Verfügung gestellt bekommen. Und ja, wir werden da ein bisschen mit arbeiten, Holz spalten, ein bisschen schnitzen und auch den Feuerstahl ausprobieren. Zuerst geht's mit dem Unboxing los. Bleibt's dran! So, schauen wir mal, was geliefert wird. Also, der Karton, der ist recht schön gemacht. Er hat hier so einen Magnetverschluss, wie man es so ein bisschen kennt bei guten Verpackungen. Dabei war hier von Wolfgangs ein Patch. Finde ich schön, schönes Patch. Ich mag Patch. Hebe ich gerne auf. Dann, ja, diese Zettel, da muss man natürlich dazu sagen. Finde ich eine großartige Sache. Hier wird gespendet, also wenn ihr ein Messer kauft, bekommen Krebskranke eben, also Kinderkrebsstiftung bekommt dann ein Teil davon. Das finde ich super, wird dann gespendet. Prima Sache. Gut, da ist hier die Anleitung für den Tech-Lok. Muss man sich unbedingt darauf eingehen. Ein Dankeskärtchen, ist ja wunderbar. Schauen wir mal rein. Visitenkarten. Ist bei meinem Produkt alles okay? Gut, wunderbar. Dann haben wir das Messer selber. Ich sehe schon, das gefällt mir ganz gut. Bei der Hülle, da ist Feuerstahl integriert hier an der Seite. Hoppala. Das war jetzt nicht so cool, aber was soll's. So, hier Feuerstahl. Und der ist dann auswechselbar. Ersatzfeuerstahl ist eben jetzt auch mit an Bord. Finde ich auch ganz cool. Dann packen wir das wieder mal rein. Das Ganze ist schön robust. Pfeifchen. Signalfeife, Notpfeife, wie auch immer. Das ist eine Kydex-Scheide hier. Und da unten ist dann auch schon der Tech-Lok. Mit dem Sicherheits-Clip. Wobei ich mit diesem Tech-Lok an sich nie so glücklich war. Weil dieser Sicherheitsverschluss, der hat sich immer gerne mal gelöst. Mal sehen, ob es bei dem auch so ist. Wird sich dann zeigen. Ist aber relativ stabil scheinbar. Rastet auch gut ein. Bei mir ist halt immer, wenn ich es am Rucksack befestigt habe, das da irgendwie aufgerutscht bei anderen Messern. Mit dem gleichen Verschluss. Und dann ist das dann aufgegangen, hier das Ganze. Und dann habe ich auch schon mal mein Messer irgendwie am Boden fallen gehabt. Also verloren quasi. Gut, ich habe es dann gleich wieder gefunden. Ich habe es ja mitgekriegt. Aber es ist halt doch blöd, wenn es dann ständig aufgeht. Aber der scheint mir doch ganz robust zu sein. Okay, dann kommt das eigentliche Messer. Zum Vorschein. Frisch verpackt. Gut war scharf. Passt. Ja, genau. Aber da geht es dann gleich in dem Video weiter. Bleibt dran. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich möchte gar nicht so viel reden. Es gibt schon einige Videos über das Messer. Und wichtig ist für mich, hier bei diesem Allrounder-Messer sozusagen, um viel mit Holz zu arbeiten. Gerade im Winter mache ich halt doch gerne mit dem Hobo Feuer, also Lagerfeuer oder sonstiges. Und da braucht man einfach ein schönes, robustes Messer. Das Messer hier hat also schon eine durchgehende Klinge. Der Griff, alles einheitlich. Schön verarbeitet, einen Holzgriff draufgeschraubt und hat einen D2-Stahl. D2-Stahl ist zum Beispiel eben sehr wichtig. Der ist zum einen natürlich rostfrei, sehr stabil. Und normalerweise bricht da die Klinge auch bei härteren Arbeiten nicht ab. Das will ich jetzt auch mal testen. Wir werden dann mal mit dem Holz hier arbeiten, Holz spalten, ein bisschen was schnitzen und so weiter. Einfach einen Härtetest. Und natürlich auch ganz wichtig, in der Kaidex-Scheide, die sehr stabil ist, also wenn du es einsteckst hier, es klappert nicht mal. Geht gut fest rein. Und du brauchst auch etwas Druck oder Zug, um das auch wieder rauszukriegen, das Messer. So, hier auch drin ist dann, ja, ein, wie sagt man, Metallgehäuse jetzt in dem Fall. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll gerade. Das ist fest verschraubt hier. Da kommt ein Feuerstahl zur Geltung. Diesen kann man dann auch austauschen. Da ist ein Ersatzfeuerstahl dabei. Das habe ich in dem Unboxing schon gezeigt. Und auch eine Pfeife. Wichtig bei der Kaidex-Scheide ist natürlich auch, da ist ein Tech-Lock schon dran. Den muss man nicht dazu kaufen. Der ist dabei. Und natürlich kann man da die Schrauben öffnen und diesen dann versetzen. Entweder für den Gürtel oder halt eben für den Rucksack. So habe ich es gerne, damit ich ein Messer griffbereit habe beim Wandern. Schaut auch einigermaßen abschreckend aus. Man hat auch oft Ruhe dann, wenn man mit so einem Prügel da durch den Wald läuft. Aber geht butterweich eigentlich. Wie man sieht, wunderbare Geschichte. Wie man sieht, wie man sieht, ist das ein Messer. Also für meine Zwecke macht es genau, was es soll. Dieses Holz hier liegt schon ewig rum. Das ist wirklich gut hart. Aber ich finde, das Messer hat das prima gemacht. Mit der Schnitzerei mehr brauche ich eigentlich nicht. Das ist völlig in Ordnung mit dem, was es kann. Man hört ja auch nichts Schlechtes so weit über dieses Messer. Das ist hervorragend. Aber was ich am liebsten mache oder was ich allgemein am liebsten mag, ist natürlich der Feuerstahl. Wenn das richtig funzt, dann läuft das mit dem Messer rund bei mir. Dann läuft das mit dem Messer rund bei mir. Also ihr habt es gesehen, der Feuerstahl ist wirklich meine Verhältnisse, sage ich mal, super. Und mit der scharfen Kante, da geht auch wirklich was runter. Ich denke mal, der nutzt sich relativ schnell ab, weil er sehr dünn ist natürlich. Und ich kenne es von anderen, wenn das da mal hier so schön durchgeschliffen ist, dann bricht er wahrscheinlich früh oder später sowieso durch. Also ich glaube nicht, dass der sehr lange hält. Aber da ist ja eben ein Ersatz dabei. Mit Sicherheit kann man da auch näher nachbestellen. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber ich denke mal ja. Sonst wäre es ja sinnfrei. Wirklich ein schönes Messer. Klasse Geschichte. Kann ich sehr empfehlen. Macht Spaß. Es gibt viele Outdoor-Messer, aber das hier wird auf jeden Fall mich eine Zeit lang noch im Winter begleiten. Also es kann sein, dass ihr das öfter sehen werdet. Und letztendlich irgendwann, falls dann was Negatives auffällt, würde ich es auf jeden Fall sagen, bis jetzt habe ich nichts Negatives gefunden. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf meinem Kanal wieder. Wanderne Outdoor-Buschkraft auf YouTube. Haut es rein. Viel Spaß draußen. Passt auf. Bleibt es gesund. Macht es gut. Servus. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017